Ani Sweet, da kommst du mit vor? Warte. In dem Eye-Tracker-Video? Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du bist gar nicht dabei, aber ich benutze dich für Clickbait. Erik hat ein diabolisches Video zusammengeschnitten, in dem nicht nur ein paar Videos... Wieso denn? Ich bin noch nicht Eye-Track-worthy. Ich bin noch nicht Eye-Track-worthy. Ich hab doch keinen Booty, oder? Okay, jetzt go. ... die ein bisschen spannend sind fürs Auge. Nein, er hat auch am Ende gemacht, dass er mehrere Bilder hat, links, rechts, verschiedene Bilder. Und das, wo ich zuerst hingucke, ist anscheinend das, wo ich insgeheim eher zu tendiere. Ich hab ein bisschen Angst. Was sagst du dazu, Stefan? Ich hab keine Angst, aber ich seh auch nicht, was du tust. Als wir eben den Eye-Tracker getestet haben, hat Stefan den getestet und ich habe twerk... Wenn ich das machen würde, Chad, meint ihr, ich würde einmal auf diese betonten Körperteile von Frauen gucken? Oder würde ich das alles easy schaffen? Also ich tendiere, dass es relativ easy wird. Oder? ... ass-clapping-Videos angemacht und ich hab einfach auf die Katze geguckt, die rechts im Raum stand. Was ist mit dir, Stefan? Ass-clapping-Tweck-Tutorial. Well, not interested in ass, I guess. ... und zu sagen, ich hab das auf jeden Fall, ich guck nirgends so hin. Ich bin ein Christ, ich bin ein geborene Christin. Guck mal, Chad, ich guck das Video und gebe den Code gleichzeitig ein. Wie stolz seid ihr? Ich mach jetzt einfach Play und dann gucken wir, was Erich sich ausgedacht hat. Okay, ich guck, ich guck auch so aufs Gesicht gerade so ein bisschen. Oh, guck mal, wer alles gesuppt hat. Ja, ich guck auch auf die, auf die Sub-Sicht. Michael Voodoo. Oh, jetzt, jetzt hab ich hier unten auf die, Chad, jetzt hab ich hier unten auf die Hüften gerade geschaut. Da war einmal ganz kurz die Hüfte zu sehen bei mir. Okay, was ist? Was ist das? Schön, schönes Aufsehen. Mein Gott, Alter. Was hat denn die da recht? Oh Gott, ha? Schöner Gartenswerk. Oh, ein Hund. Oh mein Gott. Erik. Twitch-Girls, ehrlich? Ich hab den Hund angeguckt. Die Ballon... Sind euch die Ballons aufgefallen? Ich mein nicht die! Im Hintergrund, Chad. Die im Hintergrund, nicht die. Mein Gott, mein Gott. Ich kann nicht mehr zu meinen Gott. Kass, wie gut... Shit, Digger. Ich glaube, ähm... Ja, ähm... Ich glaube, ich würde da verkacken. Mein Gott. Ich hasse diese Challenge. Ich schwöre, ich bin nicht so eine. Ich finde, die kann sich wirklich sehr schön tanzen. Aber es wäre natürlich auch respektlos, wenn jemand tanzt, der Person nur ins Gesicht zu gucken. Das macht doch keiner. Wenn ich jetzt so tanze, wenn du mir ausschließlich ins Gesicht guckst, würde ich mich beleidigt fühlen. Weil du siehst gar nicht, wie cool ich meine Arme bewegen kann. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt Auf was guckt ihr da bei den Boys? Guckt ihr da auf diese Muskeln oder guckt ihr da auf die Beule unten? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Guckt ihr da aufs Gesicht, auf die Muskeln, auf dieses V oder guckt ihr da unten auf diese Beule? Auf was? Auf die Muskeln, auf die Muskeln. Okay. Was ist denn unten, Girls? Männer-Bademoden-Models? Ernsthaft, ich muss mich überarschen. Die Frauen im Publikum, alle am Filmen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Mein Gott. Es geht so schnell vorbei. Ich würde denen ins Gesicht gucken. Aber die sind halt so schnell vorbei, da muss man natürlich einen kurzen Blick auf alles riskieren. Auf Spudel, Alter. Was ist das? Slipping Spudelman. Wieso? Und sie hat sie direkt auf den Arsch geguckt. Was ist das? Was ist das? Erik! Wo guck ich hin? Was ist das? Spudelman slappen sich gegenseitig im Bett. Kennst du die nicht? Nein! Oh mein Gott. Oha. Ja. Oh mein Gott, das ist alles grauenhaft. Mama, ich schaue nur nicht streamen. Oha. Mein Gott, ich bin einfach Merzling. Ich wusste nicht, dass... Aber die haben einen krassen Buddy. Arnold! Ist das nicht irgendwie ein Schauspieler? Hä? Das war ein Schwarznäger gewesen. So, ja. Bekannt ich. Oh mein. Was ist das jetzt hier für Bondage-Porn? Alter Leute, guckt mal, das ist die fette Pussy. Habt ihr diese dicken, dicken, zwei großen Katzen gesehen? Was guckst du dir da an, Anissa? Ich guck auf den Katzenbrunnen. Oh, Katze. Süß. Oh, eine dritte Katze. Mein Gott. Die kam rein. Die Katze kam gerade durch die Klappe rein. Mehr habe ich wirklich nicht mitbekommen. War da ein Arsch oder so zu sehen? Ich habe wirklich... Ihr habt diese... Erik, was guckst du dir an? Mein Gott. Ich hoffe, ich sehe dich bei so... Nähmaschine. Ha ha ha, eine Nähmaschine. Uh. Sportstream, mein Gott. Aber auch mit so einer Leggings? Ich muss die Leggings kurz angucken. Ja. Ja. Aber sie ist auch eine Nähmaschine. Oder? Auch mit so einer Leggings. Oh mein Gott. Ihr Kopf ist abgeschnitten. Wo soll ich da hingucken? Mein Gott. Hallo. Schnell, das Krokodil. Ähm, das finde ich irgendwie nicht erotisch. Kein Problem. Alter, was macht die? Alter, die hat den Nibble-Twist gemacht, Alter. Mein Gott. Ich denke, das sind wir beide. Was? Ich muss los. Der Fokus war nicht scharf. Ja, ja. Das ist alles schwierig. Wie mache ich mich? Gut. Schwierig bin ich so. Eigentlich gar nicht so bad. Ein bezauberndes Lächeln. Guter Humor. Arsch und T***. Das ist meine Reihenfolge. Das sieht man vielleicht jetzt nicht. Das ist meine Reihenfolge. Der Arsch. Sch. 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 Ja. Mein Gott. Wo soll ich denn hingucken, Mann? Nein. Nein. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Oh. 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 Hat sie in dem Moment genießt? Nein. Süß. Das war zu hot für mich. Scheiße. Das ist so cringe. Das ist echt irgendwie unangenehm. Schau mal, Lisa, schau da einfach hin. Ich kann nicht sterben. Mein Gott. Ich bin grauenhaft. Mein Gott. Steckdose? Schöne Steckdose. Oh Gott. Ich kann nicht! So ne Sportstreams würd ich gern mal machen. Das war gemein. Der trainiert in nem Greenscreen? Was? Was? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. It's been a while. I've missed you. Ich bin ganz ehrlich, ich hab auf diesen Arsch geguckt. Ich hab auf diesen Arsch geguckt. Das ist okay. You can look at my butt. Nein! Nein! Ich will nicht auf deinen Po gucken! Warum sieht das aus wie zwei mal weggebackene Brötchen aus der Tiefkühle? Okay, es kommen entweder Oder-Bilder, ja? Oh. Baby. Aber auch süß. Was? Was? Du betrügst Batman? Was? Ich nehme einen Moment mehr als Spider-Man. Aber der ist rot! Der ist auffällig! Oh mein Gott, Erik. Warum tust du mir das an? Oh mein Gott. Da haben wir die Antwort. Ähm. Charakter, ein bezauberndes Lächeln, guter Humor, Titten und Arsch. Johnny Depp? What the fuck, Anni? Nein! Nein! Was? Pain. Nicolas Cage, Digga. Was zum Fick. Was? Shit! Shit! Okay, Anni? Okay. Harrison? gossip Nicolas Cage, Digga. Ja, ist zufrieden. Ich hab gerade drei Sekunden, du brauchst uns zu erkennen, wer das ist. Aber Niek ist schon ein Model. Machen wir noch mal eine Reaction zusammen, Niek? Ja, ja klar. Ist so ein Arsch. Okay. Das war's. Ich hab viel über mich gelernt. Ich respektiere Männer und Frauen gleich wenig. Ich kann Leuten nicht ins Gesicht gucken, wenn sie ihr Gesicht wegdrehen und ihren Arsch in meine Richtung strecken. Erik, das war... Steckdosen sind super interessant, wenn Leute Workouts machen. Anscheinend mag ich Boobies mehr als Boobies. Was nicht super überraschend ist. Und... Ehrlich, Erik, Niek oder Bart? Fuck. Das sind beides meine Freunde, die ich beide gleichermaßen attraktiv finde. Und nett. Und humorvoll. Und die haben beide ein sehr sympathisches Lächeln und einen tollen Charakter und einen guten Humor. Und meinen Gott, das passt in meinem Leben. Es war's. Ohhhh. Das finde ich jeden Tag auf meinem Zeitkennel kaum jeden Tag Videos. Lasst gerne ein Abo da. Ähm, Leute, die abonnieren. Einmal Kuss an euch. Das ist fucking cute. Also, die nicht abonniert haben. Chad, was für D-Doppelpunkt-Freunde. Könnt ihr mal aufhören, aus allen Sachen immer was Negatives zu gewinnen. Das ist... Chad... Das ist total nett, was Anni gesagt hat. Wieso seid ihr zu D-Doppelpunkt? Ihr... Ihr seid... Ihr seid die Schlimmste. Ihr seid die Schlimmste. Das gibt's nicht. Ihr kriegt keinen Kuss. Naja. Das war's auch immer mit dem Video. Lass gerne ein Like oder ein Kommentar da. So müssen wir das nochmal machen. Oh Gott. Alles Pain. Alles Pain. Tschüss Leute. Hey meine keine süße Katze, na? Ich hatte so Angst, dass ein Dreierfoto kommt von Maron, Jan und Finn. Davor hatte ich wirklich Angst. Aber Erik ist mein... Was schreibe ich da drunter? Ach komm Digga. Ihr seid so dumm, Chad. Wirklich. Ihr seid alles so wirklich. Tönechen! Er hat aber ancora mal wie es ist. Das hat er sich twitter professionals und der wird nicht anschaue.